Peace Leute, ihr warst jetzt von einem neuen Video und heute bin ich mal wieder beim Sportplatz und heute spielen wir Fußball draußen, ja, sieht man ja, wie ich das mache. Und ja, lasst ein Like da unten, Abo, würde mich alle sehr freuen und ja, dann lassen wir uns mal los. So, jetzt hast du hier in deinem linken Winkel, oben. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, wie ihr seht, ich bin ja richtig süß. So, auf ein neues. So, wie ihr seht, wie ihr seht, wie ihr seht. So, wie ihr seht, ihr seid ja, wie ihr seht. Wir haben jetzt noch denあります. So, dann gibt es mal von der Metapunk. Also ab hier. Und da eigentlich auch einfach da. Und nehmen wir euch erstmal mit. So. Ja, bisschen rangezoomt halt. So, jetzt ist es fertig mit ranzoomen. Und da ist der Ball. Und ich laufe. Und ich habe getroffen. So Leute. Ich habe ja von der Linie ausgeschossen hier. Also von der hier. Und dann als nächstes kommt jetzt dieser Halbkreis dran. Hoffentlich treffe ich. So. Hier ist der Ball. So. Ui, der war aber schön geflogen hier. So. War auch bisschen Risiko. Aber naja, so ist es halt manchmal im Leben. Einfach Risiko muss sein. Also Leute. Ich würde diesen blauen Punkt da jetzt überspringen. Und würde dafür dann jetzt hier so in die Mitte gehen. Von hier. Und da so. So ungefähr hier in die Mitte. So. Hier ist der Ball. Da ist das Tor. Ist noch ein bisschen schwieriger. Da dürfte eigentlich auch kein Problem sein. Aber doch, das ist es. Scheiße. So. Wiederholung. So Leute, da ist jetzt der Ball und das Tor. Und hoffen wir, dass wir jetzt hier treffe. So. Der sieht doch schon viel besser aus. Und da ist er auch im Tor. Jawoll. So. So Leute. Da ist der Ball. Und da ist das Tor. So. Also wir sind jetzt bei der... Fast schon mal der Hälfte. So. Dann schießen wir jetzt mal ein Tor. Geweckkäfer. So. Boah, der war scheiße. So. Haufen Neues. So. Ball. Tor. Ich stelle euch jetzt einfach mal hier hin. Da könnt ihr doch alles sehen. Ich hab auch schon nicht euch in der Hand zu halten. So. So. Okay. Okay. Das ist doch jetzt hier schon viel besser. So. Dann fiesig jetzt mal. Das wird eh nicht klappen. So. Ah. Da hab ich den Boden reingegesen. Aber wenn du das Tor auf der Träne gehst. Vielen Dank. So, dann schieße ich jetzt mal da, wo ihr seid. Ab da. So, ab der Mittellinie aus. So, ab hier. Könnt ihr doch alles sehen. Oder? Oh, ein bisschen weit links. So. 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 Jetzt bin ich jetzt mal am Laufen. Geh weg, scheiß Blatt. Oh, das finde ich so schwer. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann geht das mal los. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. 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 Ja.